und damit hallo und herzlich willkommen meine lieben Retrofreunde hier bei eurem Retro Julie und zu einem neuen Part von Donkey Kong Country 3 wie immer an meiner Seite die Susi ja, wir haben letztens die zweite Hauptwelt geschafft, haben wir ein neues Gefährt am Start, das Hoverboard und mit diesem kann man nämlich jetzt eine Ebene weiter, kann man nämlich jetzt über solche Steine da springen, die ihr gleich seht, aber wir starten mal, zack, so, die Susi fährt jetzt aber erstmal nach links denn dort gibt es einen kleinen Tunnel, einen Geheimgang oder eine Höhle, wo wir wieder so einen Bananenvogel nachgarten können das heißt, man muss hier wieder, wie erst das Spiel Simon sagt, glaube ich, wenn man muss uns merken, die Reihenfolge hast du es? so na so, in die Richtung muss, klar, grün, gelb, gelb juhu das wird, glaube ich, mit jedem Mal, kommt da mal einen Ton sozusagen mehr dazu und dann wird es halt immer schwerer so, jetzt können wir nämlich, da oben kommen wir noch nicht in den Wasserfall jetzt musst du dann nämlich neben Funky da rechts nach oben fahren so, dann können wir uns eigentlich noch im Prinzip aussuchen zwischen zwei Welten, einmal diese Fabrik da und einmal da links, aber laut Donkey Kong ist die Baboonbucht die erste, die man, also die offiziell dritte Welt, die man machen muss wo thy und einmal da rechts und da ist für sie die Baboonbucht die Baboonbucht die Baboonbucht wie ist das? wieso will ich da wohl schon? Buzzer blockade ja das ist dann Buzzer, meine ich's oh, Wasserwelt du bist ja na ey Du musst da ein bisschen mitmachen, ne? Fick dich doch mal. Schlange gehalten. Ja echt mal. Der beste ist immer noch von Donkey Kong Country 1. Aquatic M1. So. Wir sind ja noch vorsichtig, dass die Fische nicht angreifen. Aber jetzt mal schön noch einen Donkey Kong fast zu bekommen. Ich bin mir auf jeden Fall sicher höher. Wo bekomme ich keins? Alter! Aber ich muss sagen, das ist doch nicht umsonst, dass die da so schnell sind. Aber gib mir doch noch einen Donkey Kong fast, man. Ich finde die Münze im Wasser jetzt. Oh! 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 Fuck ey! Ich dick oder? Wir haben doch gerade so drüber gepasst ey! Jetzt muss ich halt nur irgendwie hochkommen. Ja! So viel dazu! Oh! Oh! Jetzt sind wir die Kinder fast, man! Oh! Oh, Mann! Wir haben jetzt nicht mehr so viel Leben, Mann! Kannst du mich am besten einmal einwechseln? Dann habe ich erst mal... Nein! Am besten wenn du nach unten drückst, während du schwimmst. Dann schwimmst du nicht so... ... ... ... ... ... ... ... oh no! Nein! Ich wusste nicht. ... ... ... Ok! Jetzt muss man mal ganz weit zurückkommen und was muss ich denn tun? thế thermals Ach so... ... Das ist nuravant Mansort! Klasse! H%. Romero, wenn hier mal ein Dings kommt, dann Domino fast noch Packen ja überhaupt keins aus, ja Das ist doch unfair, das willst du verzögert da, ey Jetzt du wieder Wenn zu der Stelle musst du es mal schaffen, Mann Mann, ey, ja Einfach nach unten drücken, du schmierst so hoch, sonst Wenn nach unten geht es nach unten drücken Wenn nach oben schmierst du nach unten halten Dann bustet dich nicht so gut hoch, kannst du es besser kontrollieren Jetzt kannst du ruhig schnell machen, dann kommt ja noch keiner Das wird ja langsam machen, das mach ich nicht Ja, ich mach Da jetzt zum Beispiel da Ich muss ja jetzt oben lang, da kann ich nicht spazieren Ich muss es wirklich machen Ich würde Banane holen Dann auch noch vier Stück, dann kommen wir zum Leben, das ist wichtig Oh, fass mich ab, ey Jetzt kommt oben ein Fisch, was auf Brauch ich Jetzt noch da, eine Banane, gehen wir zum Leben Vorsicht, Fisch Wo? Da? Da? Da unten drücken, wenn du schon musst Da kommen die Typen da, oder die? Du musst die über durchschlängen Verbei der noch vorbei ist Jetzt holen wir noch eine Banane, dann wollen wir uns nochmal lehnen Gut, so jetzt kommt das Die musst du jetzt abworten Jetzt, nein, jetzt nicht Ich denke, der letzte, der musst du kurz abworten Jetzt gleich die drei und den letzten kurzworten Nein Warte, warte Jetzt, keine Ahnung, bitte Na, da kommt noch einer raus, da kommt einer raus Oh, du schwimmst denn da? Warte Willst du nach oben drücken, wenn du schwimmst? Dann geht's schneller Na Eine Runde, um uns zu kontrollieren Woher brauchst du jetzt nicht irgendwie Anspannung irgendwie Oh Oh Du siehst, Anspannung So, in der Mitte könnte jetzt eigentlich auch mal langsam kommen Das ist ja meistens, wenn's oben kommt, musst du ja immer teilweise in der Mitte kommen Jetzt kommt irgendwas drauf Da unten Aber Warte wird da vorbei sein Ja Wir haben Glück, dass noch keine so ne Fische kommen, die ihn angreifen So ne Schnappfische da So ne Schnappfische da Pfff Warte 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 Was hast du eigentlich? Ich muss hier mal die Midschirm machen Aber das ist schon mal nicht so einfach hier Nicht, dass es irgendwo in der... ... in der Wand hier irgendein Bonus-Live ist Ja, ich würde da noch nicht erst mal Hm Und da hinten Mit Sicherheit Schwimmen, ich bin ja genau, nach oben an der Wand lang Wunder, wunder, wunder Ach, Jut Pfff Jetzt ist es natürlich durchschlappen, was muss ich machen? Siege, dann müsste bestimmt hier ein Wert zu kriegen Ja, jetzt vorsichtig Vorsichtig Da einfach einfach so, genau so Warten auf die Wir müssen da rausgucken Und jetzt, von der anderen Seite, von der anderen Seite Da unten ist einer Nicht zu nah Da wird so nicht Mann, ey, 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 ey Ja, gut, du bist nur unten Ja, der ist wie auf dem Sack Einfach in der Mitte bleiben Die können sich da auch nicht erwischen Ne Und den hättest ja Wenn du den hättest Hab ich Immer in der Mitte bleiben, links, rechts Erst Immer einen am anderen In der Mitte, oder? Der linken erst, der linken Der rechten Ich weiß ja nicht Links, links, links Das ist den letzten, glaub ich, Toye Das schaffst du noch, in der Teil Was? Komm raus! Ja Ja Gut Függ dich, ey, függ meine Mutter Ja Es war ja Furchtend Das ist gut, dass wir jetzt den haben Jetzt kannst du die Viecherweinzen nur siegen Ja Oh Ja, ja Och, Mann Geh einfach trotzdem durch Du kannst, sehr schnell Die kommen irgendwann wohl auch raus Da unten ist was Ich hör mal Jetzt musst du Warte, warte Jetzt! Oh, tue 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 tue. Du kannst angreifen! Passiert auch nichts. Achso. Was sind das? Das ist doch keiner! Bist du? Clown Fischer! Da ist jetzt ein Trefferpunkt mehr. Warte warte! 1 2 3! 1 2 3! Oder du kriegst von ihm! Hm, ich bin hier noch gegangen, bin ich schon. Nur ein bisschen. Ja, das ist ja auch nicht, weil du kannst nicht nähen. Ah so, oder? Kommst du jetzt an Land? Ja, schon. Wahrscheinlich, oder? Ne, doch. Du musst ja, weil du kannst ja sonst nicht. Nee, was soll jetzt? Ja, ja, hier irgendwo. Oder nicht, hier, oder? Da, links, irgendwo. Nee, ist hier, passen. Aber, dass du noch drunter durchmachst. Ne, und dann zieh durchlaufen. Leider. Leider. Jetzt musst du wieder zurück. Auf den... Truff? Nee. Auf den Truff und dann... Auf den Truff springen, dann drüber. Mann! Und dann drüber springen und dann in die Wand werfen. Ja! Genau. Unten ist nichts, oder? Warte. Nee, gut. Ich hoffe, wir haben alle Bonuslevel. Und doch zwei. Gut. Ha, ist doch gut mitbekommen, ja. Ja, gut. Kann man ihn vielleicht durch den Wasser anfallen, oder? Hier, drunter kann man auch nie, oder? Ne, wir sind da oben, danke. Gut, wir sind immer so weit erstmal. Da hinten wird vielleicht noch eine kommen. Fester Feuerwerk. Warte, den jetzt schön ist hier. Warte, was mit Wasser fe... Ja, gut. Oh! 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 Oh, oh! So, können sie nicht töten. Ich wollte mal nicht, dass da unten was war, rechts. Rechts hin. Den kannst du auf jeden Fall nicht töten. Wir müssen links-rechts gucken. Die linke Seite ist auch nochmal so. Da musst du hin und... Was? Wo lang jetzt? Ich glaube, das ist richtig weg, oder? Das ist echt weg. Ich will... Ich bring mir da links das... Kannst nicht da links... Links genau. Ich weiß es nicht. Muss mal gucken, kannst du da links... Doch, der andere? Doch, doch, deine... Wasserfeier, danke. Hier wird das Wasserfeier fast, danke. Ist das nur Bananen? Was? Was? Ja, jetzt links ist nichts, wenn du nach links fliehst. Nein, nein. Ja, ja. Ja. Könnte doch euer Sinn, wieso? Puh. Noch nicht, rechts. Noch nicht, rechts. Noch nicht, stimmt. Du musst nur mal auf beiden Seiten gucken. Da rechts ist auch was, ne? Ja. So. So. Noch nicht rin? Ja. Auch mal so unsichtbares Zeug, ja. Na, jetzt muss er... Immer noch... Kein dunking umfasst, alter. In der Mitte? Ja, immer in der Mitte da. Springen wir da? Springen wir da? Ah, Mann. In so'n Ding. Komm, pack mal... Die Käfers aus jetzt. Nee, dann musst du durch. Wo kommst du denn hin? Oh, jetzt musst du aufpassen. Noch nicht gleich ruhig hin. Muss abpassen. Weil es wohin ist. Nächstes Mal jetzt. Komm. Nee, jetzt... Nch. 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 Jetzt. Da rechts? Mach der mal tot sich... Oh, gut. Weiß ich, ob da rechts... Rechte Seite hochfliegen muss, vielleicht? Weiß du nicht, nicht... Uah! Weiß du da... Da meinte ich nicht. Und, unten, zurück! Unter dem Wasserfilter. Nicht ohne zu springen! Da hin! Da hin! Da hin! Ja, ein bisschen Wasserfilter, super! Na rechts! Na rechts! Na rechts! Na rechts! Jetzt musst du mal machen! Ich hatte die Mühe vor der Gehör. Da ist doch nötig! Nach den Bienen! Nach den Bienen! Was? Na rechts! F***! Mann ja! Na rechts! Nch. 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 Mieter, bitte? Ja. Was hab ich jetzt mit der Kächte mit dem Blit? So. Nur noch 18 Stück für A-19. So. Ja, geil. Dingster. So. So, das war das schon. Extra. Kein Bonus, ey. Da meinte ich eigentlich. Da meinte ich eigentlich. Was ist da jetzt schon? Jetzt mal. Jetzt mal. Jetzt mal. Nein! Nein! Will doch der fast vielleicht vielleicht. Jetzt. Jetzt da meinte ich hochfliegen. Nein, jetzt nach rechts da. Ja, gut. Bin ich gerade da ohnehin. Ganz. Nee, fast. Was? Was ist da drüber? Oder ist das denn? Ja, du wirst es auch wissen. Ja, das passt aber nicht dahin. Ja. Das ist eine St... Ach, es ist nur gut, dass wir so Bananen sammeln können. Ja. Vielleicht machen wir jetzt auch nicht mehr. Das sind so schlecht, Alter. Hier haben wir alles mit uns jetzt. Wundern wir, dass auch daß hier kein Geheimgang ist. Jetzt muss die nicht mal weg. Der Bananeswichtige. Was könnte ich machen? Was hätte ich machen können? Was für die? Also jetzt ein Exuit. Was ist das denn? Was ist das denn? Ja, was ist das denn? 36, das ist ja gut. Ich weiß ja auch nicht ob da was ist, das ist halt die Scheiße. In der Version irgendwie brauchst du Faszin oder so. Doch da, da links ist es. Es ist eigentlich ein Munster der Käfer. Ja. Boah, das wird es nur schaffen, ja. 20 Sterne. Dann fessern wir es bestimmt so. Nein! 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 Mann, soll ich denn wissen, dass da noch welche sind? Leck mich doch am Arsch. Ich muss da jetzt nochmal hin. Mann! Mann! Was ist das denn? Wann ist das denn? Wann ist das denn? Jetzt wird ein Pyro. Hey doch! Mensch! Oh, nein! Was ist das denn? valent. Da ist ja mein Problem. Ich weiß ja nicht. Ja, da muss er vorbeigehen. Ja, da muss er vorbeigehen. Ja, da muss er. Oh mein... Pfff. Sieht hier so aus, irgendwo steckt's... Scheiss hier irgendwo. Mal abpassen. So scheiße. Was ist jetzt wohl so richtig weg? Ach ja. Der kann ich auch, glaube ich, besiegen. Oh, ich weiß nicht. Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, der müsste versuchen... ...ein bisschen Ziel mitzunehmen. Der Donkey kommt fast am Augenblick. Ja, das ist... ...könne Sinn, dass das von dem Vogel ist. Der Link ist jetzt auch, oder? Was ist das? Oh, Lehm. Ich bin hier nur mal angehütet. Oh, ne, das ist noch weh. Das ist hier. Ich springe ja rechts einfach. Ich springe ja rechts einfach. Schnell nach rechts springe. Oh, oh! Drei nehmen! Noch noch nicht undieren. Kannst du noch noch? Drei fliegen! Weißt du das? Da unten, da unten! Ha! 60 Sterne! Ja, das ist ganz ehrlich. Kannst du doch hin. Wollen wir so hin und her machen? Wir müssen ein paar mal. Ne, da, zurück. Genau. Nein! Musst du, jetzt! Ruhe! Den sammeln da! Nichts, nach links aus denen. Genau. Gut, rechts ruhe! Ja, 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 gut! Und ruhe! Knapp! Knapp! Und zur Ruhe! Einmal nach rechts! Ja! Puh, stark! So, jetzt geh hin! Und dann da! Vorsicht mit drin! Vorderen! Jetzt! Jetzt schliegen! Ah, da ist die Kale! Links! Ne, ne! Andere Seite! Hoch, hier oben lang! Musst du durch der Ruhe einfach doch... Da... So, hier! Ah, ich muss... Ne! Du musst vor dem stehen und da... Schmeißen einfach! Wie? Hochschmeißen! Durchschmeißen! Ähm, ja! Ach! Ach, ne, warte mal! Du kannst das irgendwie... Ne! Ne, ich weiß wie! Nimm's fast mal! Okay! Steh mal so weit wie möglich nach rechts! Jetzt nach oben drücken und schmeißen! Dann musst du schnell da hoch und da drüber springen! Damit der sich umdreht, weißt du! Dann nach oben drücken und schmeißen! Dann läuft's langsam! Jetzt schnell, ne! Nein! Nein! Das muss unten, unten lang rein! Wenn du oben drüber springen, weißt du! Aufpassen nicht, dass du drin springst! Äh! Jetzt schnell! Darin, darin, darin! Genau! Puh! Schmeiß weg, brauchen wir nicht! Ach, ne! Ne, brauchst du nicht! Das wär auch so hier! Ne, wär's jetzt so geschossen worden! Ach so! Du wär's einfach! Aber du hängst so! Ach so! Du wär's einfach! Was? Nya! Das war was!